Das sah so scheiße aus vorhin. Die zwei Kühe gleich seit dem Wasser entfallen. Ich hab mich nicht mehr eingekriegt. Wir haben es gehört. Aleph nicht. Aleph war gar nicht was. Das war ein anderer, gell? Nee, das war irgendein Random Crew. Bulle. Bulle. Wie aussieht halt, wenn Kühe runterfallen. Die wedeln so komisch mit den Armen. Ehrlich. Beine sind grob und... Die Eulen flattern. Bande gut. Ja, da kommt viel Wewe. Wird ein Wewe. Ich bin auf den Mong-Mong-Fogger- Gebe. Ildoiden. Ich bin auf den Mong-Fogger- Voreil Shari. Bongo-Fogger. 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 Bongo-Figa. Bongo-Fogger. 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 Oh je. Ach wir haben jetzt hier. Bis dann. Was? LOL. 2-4. Oh ey. Das war da. RIP. Ist er den Line? Keinen Druck. Oh oh. Hm. Okay. Alle haben ja noch eine Schatze. Hm. Alter Schwede nur CC hier. du kommst nicht zu nix noch mal zu euch kommen oder ist noch ist noch so schnell nicht ich hab so ein bisschen aufhalten können da kommt so viel cc auf einmal rein ich hab hier das aber nicht ich hab hier ist einfach nicht warum da war gefühl ja nur wir zwei drauf mit abpuffern aber ihr könnt ja kommen auch gar nicht selbst ja die kommen war ein schlag darüber zehn leuten die haben roger vielleicht siehst du sie nicht vier wenn ich auf jeden fall das scheiß bett von hallo tricks hoch und so viel jetzt muss mit der mensch machen warum hast du nicht einfach geführt ist doch tot mit einem spiel ja ich hätte längst eingenommen ja kann ich dir nicht bieten und das ist schon zu wenig auf mein chubberchub starten jetzt kommen die büten ja das wäre ganz recht ja mit dem kannst du kommunizieren ja das ist die frage miene kriegt ja ein irgendein da kommt shami mit nock vorher ja den schaffst du ahahaha er truide will auch miene kriegst du auch miene komm mal auf ja du du genau da noch haben wir auch noch ein immer geht ich habe cool oh jetzt hat er das scheißdinger hingelegt ich kann wieder rüber ich kann wieder rüber ich hab nichts mehr braucht ihr ww-dol-hilfe? ja jetzt schon gleich gut das renne noch hier dann löse ich mich du wirst sterben mein freund ich versuch's Tobi gefroscht wir gehen in die Stadt zurück oh fuck oh nice alter schwir das kommt hier immer mehr disoriented ja ey stirb Broke stirb hi Stroke ist tot nein der scheiß Druid hat oh wieder belebt die laufen so ja ja das hast du richtig erfasst gleich eins aus du dort innen ja scheiße Zeitkern einfach schon verzaubert und zaubert tot tot alter sehr gut schau mir auch tot nice geht doch ja jetzt muss er wieder einen neuen snorke mit 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 Per Aub da ist irgendwas kommt dr hat aber ich habe hält ist krieg ist der Schuhe da auf K, oder warum macht der nix und der andere ist nur im Kampf. Broke Stun? Na ich komm nicht die Kranz dran. Betäubt hier oben, legt mit ihrem Arsch. Kommst du nicht hoch? Oh Mensch. Kacke. Na schau. Wir haben zu viel Schiss vor dem Damage. Wir haben zu. Broke Stun, mach den Rok, mach den Rok, mach den Rok. Ich bin gar nicht mehr dabei. Achso. Ich komm jetzt noch mal. Das ist schön für dich Dogi. Für euch. Auf dir. Du droppst, komm an, komm an. Komm an. Ah. Noch nicht so. Wir haben einen Stun, alle. Wir haben einen Stun, alle. Boah, gut. Gerade noch erwischt. Gerade noch. Sehr gut. Schau mir geslot. Schau mir jetzt an. Schau mir jetzt an. Schau mir jetzt an. Alter Schwede ey. Schau mir jetzt an. Schau mir jetzt an. Schau mir jetzt an. Ich will dir einfach noch auskaufen sein. So, meine ist, glaube ich, safe. Ich will jetzt... Oh, Gott, ich wollte jetzt hier nicht verrechnen. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne, tschüss.